Nee, die haben doch jetzt schon genug, oder? Ja, müsstest halten, ne? Die müssen das jetzt noch 14 Tage verteidigen. Dann haben sie gewonnen. Oh, ey, kann der mal abhauen? Der hat bestimmt so was gesagt. Wie bist du da verpeilt? Okay, also sämtliches Metall und alles was wir jetzt bekommen wandelt und die Badass-Miffy, dass wir Kanonen machen können. Die Kanonen kosten ja auch noch mal ordentlich, ey. Oben auf dem rechten, also neben dem Vulkan, der Eisberg. Ganz oben. Neben dem Vulkan, den Eisberg, okay. Kann man es in Norden? Also im Norden. Manometer, ey. Du sollst einfach nur da drauf landen. Du sollst einfach nur da drauf landen. Ja. Ja, das war mal. Bist du hier? Ja. 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 André, brauchst du ein Schwein? Nö, nö, hab ich auch schon gefunden gehabt. Dreck vor der Base. Dödel wär besser. Aber das klappt hier alles nicht so. Wann bist du noch André? Mit dem Redwood-Bioon. Jetzt hab ich Fliegen am Arsch hier. Nö, der Dödel ist wahrscheinlich schon weggelaufen jetzt. Ach nee, der Kampf wieder gegen den Kanu. Oh Mann ey. Malwur? Ja. Kennst du das schon? Guck mal. Bisschen du. Bunden. Komm mit, du Mistvieh. Rückwärts. Ja, das macht mir Spaß. Oh, ey. Er hilft dir dein Schild auch nicht. Oh Mann. Noch ein Terror-Birder, ist klar. Er leckt mich doch am Arsch. Ja, ja. Ich warte eigentlich auf den, keine Ahnung, Moser-Sattel. Dann warten wir am Strand. Kannst du uns doch einen zweiten Moter-Sattel machen? Ach so, ich hätt' grad machen können, glaub' ich. Mir fehlt noch ein Level. Ach, das ist doch nicht normal. Ich komm doch einfach mal mit hier. So. Jetzt wegmachen. Ach, jetzt ist da noch ein Terror-Bird, ey. Ich glaub's nicht. So gut, ich mach mal noch ein Foto. Also, ich mach jetzt einfach Tag 26, 19 Uhr. Das kann man sich merken. Ist der andere jetzt auch hinter mir, oder nicht? Ne. Tag 26, 19 Uhr. Das heißt, bis Tag 30, 19 Uhr. So, wo ist der Dödel? Da. Mann, landet doch einfach da drauf. Ne, Tag 40. Scheiße! 40? Oh, mich hat aber keiner korrigiert, Mann. Mann, ich hab' jetzt das gemessen. Oh, stimmt. Da waren ja noch 10. Hehehe. Hehehe. Oh, Mann. Oh, Mann! Ich hab' gleich keinen Bock mehr hier. Was ist los? Ständig kommt hier irgendwie so ein scheiß Terror-Bird an, ey. Äh, Redwood-Tero. Willkommen im Redwood. Ist doch zum Kotzen, ey. Lockst du die alle weg, dann fliegst du zurück zum Dödel, ist da wieder einer. So, Mann, wo hast du mein Zeug hingehauen? Äh, in dem Moser von Bax. Ist der Moser von Bax zufällig neben dem Moser, den wir getamt haben? Richtig. Zufällig, ja. Nice. Und es ist im U, in der U-Bucht. Nee, vorne. Direkt unter der Base, links. Weiß nicht. Okay, 14 Tage. Also ungefähr 8 Stunden, ne? Also wir werden auf jeden Fall schaffen, Kanonen bis dahin zu machen. Ja, ich würde einfach sagen, hm. Aha. Ich hab jetzt auch keinen Bock, bis Tag 12 zu warten oder so, bis wir angreifen. Ich würde das jetzt einfach vorbereiten. Ist das so Absicht, dass die Turrets über der Eingangstür aus sind? Quasi die ganz große mit dem Wald und so. Achso, uh. Du meinst, Estland, die untere. Ja, Dschungel, Dschungel Süden. Und wer ist da? Äh, Prinzessinnen. Aber alles nur aus Stein und nix tolles. Gerated, mehrmals. Ja, wahrscheinlich. Ja, die wurden schon 3-4 mal gerated. Ey, ich hab ein Dödel, ohne Terrorbird am Arsch. Ich muss sagen, das Ganze ist viel spannender mit den Implantaten. Wie bitte? Ich muss sagen, das Ganze ist spannender mit den Implantaten. Ja, 25. Ich auch. Das macht viel mehr Spaß. Also, wenn wir es jetzt nicht schaffen, oder es niemand schafft, die Platz zu machen und die das gewinnen, ich hab mega Bock, das von vorne anzufangen. Ja. Ist die Kanone schon durchgelaufen? Und das will übrigens was anziehen. Nee, ich brauch nur Firebornwood. Fiber und Wood. Wohin muss das? Wo ist die denn? Neben den normalen. Die allererste, die vorne steht. Badass, oder? Fiber, hab ich ein bisschen reingeschmissen. Wie viel brauchst du? Ich hab 600 Ein. Ähm, wie lang machen wir'n heute noch? Äh, nicht mehr so lange. Nicht mehr so lange, ne? Weil, ich werd grad gefragt, ob es sich noch lohnt, jetzt schon, also jetzt schon auf die draufzugehen oder noch zu warten. Ich würd sogar schon, 23.15 würde ich losmachen. Alles klar. Ja, wieso nicht? Nein, da müsstest du mich noch abholen mit dem Dödel, wenn ich den dann krieg. So. Fax, hast du schon nen Stuhl dort? Nee. Warte, ich mach eigentlich, ich will mitkommen. Okay. Einfach nur, weil ich's kann. Der andere hat schon nen Sattel? Nee. Ich hab keinen Sattel, nein. Nee, der, ach so, nen Dödel-Sattel, könnten wir auch mitnehmen. Der Moser, oder was? Äh, nee, wir holen jetzt den, äh, den Dödel vom André ab und, äh, den Moser-Sattel hat das schon eingestartet? Ja, ich hab schon empfällig. Ja, dann suchen wir den mal. Aber. Bono Turrets. Wo hast du den denn gebaut? Nee, ich hab den selber. Ach so. Den einstecken, ich wollte das dann machen. Ja klar, äh. Ah, du hast, hast du noch das ganze Zeug von mir einstellt? Ach, ist der Moser drin, schattel ich. Gucken wir halt noch nen Parasier, ey. Ne gute Idee, ich guck mich mal eben um. Es ist hier doch wieder ein Terrorbird, ich krieg das Kotzen. Den komm ich mal besuchen, dann ne. Dann bring mal irgendwie ein paar Darts mit, ich hab beide alle verschossen hier. Darts, gibt's da hier noch welche? Pfeile, egal. Äh, Kax, komm her. Komm her. Ja. Ich nehm das mit und nehm das mit. Ach, Terrorbird ist 140. Ja, Dödel, Sattel hat die Schöpchen ein. Ja. Äh, hält der ne Longleg noch? Nö. André? Nö. Hab ich auch nicht. Nimm meine auch noch mit. Ne, warte, der entspannt ist glaube ich auch eine. Jupp. Okay. Zillia, bist du am Start? Ja, ich bin da. Was macht denn ihr? André, abhol. Ich tu nur schnell den Stuhl hin. Soll er innen drin oder außen? Pff, wo du sitzen willst. Außen kann er dir halt weg und wissen werden. Ist halt der Bau nur ein Stuhl, ne? Ja. Uuuuh. Voll cool. Ja, warte mal gleich, ey. Ich kriegste leichte Kopfkrämpfe. Ja. Äh, wo bist du? Sindst du drin? Ja. Voll geil. Warte, ich zieh meine Tauchersachen an oder hast du welche? Äh, du hast auch nichts. Äh, ja, ja, zieh mal an. Jetzt mal Redwood, ne? Ja, ne, 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 ne. Wird meine Flossen auch anziehen? Ja, hauptsache du hast ein Sud an. Licht. Willkommen. Jetzt haut da ein Kombi drauf, oh man. Mist, von hier aus kann man ja nicht richtig rausgucken. Ja, schade. Egal. Hast du einen Armstuhl? Sau gut. Das gefällt mir. Das ist evil, ne? Der frisst Bären, ne, oder? Wie war das? Super geil. Jawohl. Der ist mit echt Spaß. Wo bist du ungefähr? Ähm. Jo, Redwood ziemlich in der Mitte. Ja, nicht. Also zwischen diesen beiden Einkerbungen, ne. Hier, Rani, hast du nur Fallschirm zufällig? Ähm, ja. Ich brauchte mal so drei Stück oder zwei. Gibt doch die Fallschirmkiste rum. Die ist leer. Oh. Ich spiele auch. Sehr schön. Danke. Ich bin jetzt mit 135 Apparats hier bei mir. Oh. Ja, 10. Jetzt muss man das Läufchen spielern mit dem Rino lang. Der hat mich gesehen. Oh. Oh, fuck. 3-4-0. Ja, das ist Gaza, oder? Das war dann durch den Gaza. Alter. Ich gehe one-hitted. No. What the fuck, ey. Kein Bock mehr. Fuck. Wo bist du? Wo warst du? Im Redwood-Biom. Mitte. Mittendrin, oh? Oh, nee. Jo, da war der Vogel, ja. Wo ist denn der Moser hin? Da, die andere abholen. Jo, das brauchst du nicht mehr, glaube ich. Ja, aber den anderen finden wir jetzt eh nicht, ne? Ohne Koordinaten. Ja, der wird mich auch looten jetzt. Das Breaknex braucht ihr gar nicht hinfallen. Hattest du nicht irgendwas getamed? Ja, und Jody. Jody, der lebt doch noch. Nee, der war ja noch nicht fertig. Ja, cool. Eine Stunde, anderthalb Stunden für den Arsch. Passiert auch. So. Ach ja, Metall, Metall, Metall. Das ist eigentlich voll langsam. Naja, aber gegen die anderen, die hier stehen. Das ist super langsam. Wie viel hat der denn? Wenig. 153 hab ich jetzt geskillt. Das ist der Tag, denk ich. Hm, Greta, siehst du mich? Ja. Lauf ich durch die Tür oder lauf ich wieder woanders? Guck, Gott, ich bleibst du durch die Tür. Okay. Okay. Oh. 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 Es ist kein Glas, kannst du nicht vor der Tür fliegen? Ja, da bin ich gerade bei, habe ich eben auch gesehen. So. 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 Soft doch nicht. Ja? Da muss noch eine Rampe dran. Alter. Gegenseitig. Warte, du hast ein Bild. Toll. Alter! Bei mir steht er mit Beinenfüßen unten. Ja, eben stand er nicht, aber jetzt zu spät. Aber wir sollten hier auch irgendwie zwei nebeneinander machen und alles. Das ist halt ohne Sattel, das ist jetzt üblich schwer. Guck mal, ich mach mal ein paar Holzrampen. Bleib mir schon mal gestehen, ich mach jetzt einfach mal ein paar Holzrampen. Ja, spielknei. Bugs hat gewonnen, yay! Sie! Danke, das war aber auch knapp. Du hast aber auch den besseren Schutz. Ein lebendiges Schutzschild hast du dir genommen. Ein Geiselnehmer. Ein Geiselnehmer. Der ist ja schon wieder wach. Das ist ja unglaublich. Ich hab keine mehr. Ich hab auch. Ja, müssen wir uns einfach schnell beeilen, wenn wir wieder reinkommen. Naja, ihr braucht ja keinen Schneiderhaus. Wär's nicht einfacher, einfach ein Bett auf dem Moser und dann alle sind wir da an dem Moser und umbringen? Mit dem Moser umbringen. Nee, nee, nee. Charaktere umbringen. Finde ich super eine Idee. Also, ich find die Idee gut. Ja. Keine Idee. Das passt schon. Und bist du, Ryan? Ich steh hier neben dir. Ich hab grad noch ein Bett gebaut. Okay, also Parasean. Das funktioniert nicht. Du. Ja. Das ist ein bisschen blöd, dass die ihre Base weit weg vom Moser haben, ne? Das passt jetzt runter, ne? Ja. 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 Ja.